Hallo, das ist mein Schreibtisch und mein Regal. Ich zeige euch hier etwas. Hier ist meine Facetur. Da ist mein Monitor. Da läuft wieder mein YouTube. Hier ist mein Computer. Ein Mac Mini. Voll ausgestaltet. Meine E-GPU. Externe GPU. Grafikkarte. Hier ist meine Alexa. Hier hängen ein paar Weihnachtsdekorationen. Da oben steht ein Weihnachtsbaum. Mit Kugeln, aber nur noch ein paar. Weil er letztes Jahr runtergefallen ist. Also auf dem Tisch gefallen ist und die Kugeln zerbrochen sind. Leider sind es echte Kugeln. Plastikkugeln habe ich nicht aufgetrieben. Weihnachtsdekoration. Meine LED Streifen. Ähm. Das ist die Ration. Medikamente die ich jeden Tag nehme. Und nur noch zwei von vier. Zwei habe ich schon genommen. Ich nehme jetzt ca. 20 Tabletten am Tag. Ist nicht gesund, aber notwendig. Ist mein Phil Collins Konzert Plakat. Und die kalte dazu. Ist mein Mikro. Mein Bethlehem Stern. Meine Amaryllis. Die ich von meinem Bruder bekommen habe. Die ich von meinem Bruder bekommen habe. Und warte kurz. So kann ich es nicht zeigen. So geht es. Jetzt könnt ihr das. Kasteln hinter mir sehen. Kasteln. Das ist kein Wort. Die. Regale hinter mir. Da stehen auch Weihnachtshacken drauf. Und mein. Video. Blog. Beitrag. Buchstabenbox. Und. Auf der Seite. Hängen. Käppies. Ein. Steinchenbild. Von Converse. Eine Konzertkarte. Mit Autogramm und so. Von Julian Lipps. Schüpple. Und. Das war's. Und hier. hängt noch mein Mistelzeug. Obwohl da die Mistelung fehlen. Aber der rieselt auch schon. Es ist der 5. Jänner. Also kann das schon mit dem Rieseln anfangen. beim Nistkübel mal trinken vorher hättet ihr hier noch einen Waschenbecher gefunden aber ich habe vor 3 Monaten auch gehört zu rauchen und jetzt sieht es so hier aus das wars vom Video Ciao